Konsolenkriege gibt es schon eine ganze Weile, aber erst seitdem jeder seine Meinung posten kann und Zocken zum Mainstream-Medium geworden ist, in den letzten paar Jahren, ist es wirklich extrem und geht immer mehr nach oben, vor allem wenn eine neue Konsolengen an den Start geht. Die Playstation 5 und die Xbox Series sind die derzeitigen Kandidaten im virtuellen Ring um die beste Konsole in Anführungsstrichen und jeder von uns hat schon mal irgendwie seine Konsole verteidigt, was nicht bedeutet, dass man die andere Konsole auch automatisch runter machen sollte. Aber bringt das überhaupt etwas, die andere Konsole runter zu machen? Oder wäre es nicht eher besser, jede Konsole und Community zu akzeptieren und diesen sinnlosen Scheiß einfach mal sein zu lassen? Genau so sehe ich das nämlich. Lasst einfach diesen Scheiß sein und zockt gemeinsam. Wir werden toxische Kommentare von beiden Seiten sehen und merken, wie dumm das eigentlich ist. Bleibt also dran. Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem Kanal GameAlchemist. Euch noch ein frohes Neues und bevor das Video richtig startet, möchte ich darauf hinweisen, dass ihr mich sehr gerne kostenlos abonnieren könnt. Einen Daumen nach oben dürft ihr auch gerne da lassen für mehr Support und auch gerne ab 1 Euro Mitglied werden und so Livestream No-Death-Runs wie von Nioh 2 oder auch das momentane Skyrim-Community-Projekt nachschauen. Gut, genug der Eigenwerbung, machen wir weiter mit dem Thema. Ich möchte mit diesem Video keinerlei Aufarbeitung zum Thema Konsolenkrieg erstellen, sondern eher darauf hinweisen, dass wir uns alle endlich mal vertragen sollten und keine Milliardenfirmen wie Sony oder Microsoft anbeten. Jede Konsole, selbst die Nintendo Switch, die hier aber kein Thema sein wird, die Schweiz ist ja immerhin unabhängig, hat so ihre Vor- und Nachteile und da gibt es nichts dran zu rütteln. Die Xbox hat als größten Vorteil den Game Pass, der durch die Decke schießt und eine Funktion, Spiele zu pausieren und einfach ein anderes zu starten, ohne dass man vorher das andere schließen musste. Der Fachname ist leider verschollen bei mir. Ich kenne mich bei der Xbox nicht so sehr aus, als dass ich hier wirklich viele Sachen kenne. Ihr könnt ja gerne noch ein paar Sachen dazu schreiben in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der große Nachteil der neuen Xbox sind allerdings die Exklusivtitel, jedenfalls noch, die es halt kaum gibt und wo Microsoft auf jeden Fall hinterher muss dieses Jahr, unbedingt. Außerdem finde ich es schade, dass die Controller mit Akkus aufgeladen werden müssen, ist aber nur ein kleiner Punkt, der für mich eher nervig wäre. Die Vorteile der Playstation sind zu einem natürlich die exklusiven Spiele, die es schon immer gab und jedes Jahr abräumen und der neue Controller ist auch was Besonderes dank des Haptic Feedbacks. Der Nachteil ist aber, dass das neue Playstation Plus-Abo-Modell, was letzten Jahres, letzten Jahresmitte sogar, an den Start gingen, so wie Playstation Stars nicht wirklich perfekt sind und auch noch viel Luft nach oben ist. Beide Konsolen haben aber ihre Fans und genau das ist auch gut so. Jeder soll das zocken, worauf er Bock hat und auf welcher Plattform er möchte, mit den spielen, die er lieber zockt. Aber anstatt das anzustreben, geht man bei News-Seiten immer auf die anderen los, wie wilde Tiere und beleidigt die andere Partei, weil sie ja eine andere Konsole besitzen? Klingt eigentlich ziemlich dumm und wisst ihr was? Das ist es natürlich auch. Und wisst ihr was noch? Eine ganz bestimmte Funktion bestrebt das Ganze ebenfalls leider, und zwar das Crossplay-Feature. Versteht mich jetzt nicht falsch, Crossplay ist eine gute Sache, solange es Sinn macht und nicht unfair wird, wenn man zum Beispiel, ich sag mal, PC-Lobbys mit Konsolen-Lobbys in ein Rainbow Six Siege packen würde. Das würde keinen Sinn ergeben, meiner Meinung nach. Dadurch, dass es aber Crossplay-Lobbys gibt, kommen eher diese Gespräche hier zustande, wie Ey, auf welcher Plattform spielst du eigentlich? Ich? Ich spiel auf der Xbox. Wieso? Ach, war ja klar genug. Hör du Play, du Hurensohn. Nein, das ist keine Untertreibung, wenn ich sage, dass es täglich zuhauf passiert, sogar noch toxischer, beleidigender und so weiter. Natürlich auch von der Seite der Xbox-Spieler aus. Ich möchte jetzt hier nicht eine Seite grundlos bashen und die andere nicht. Beide Seiten sind genau gleich schlimm. Oder man nimmt sich das Recht raus und bestimmt durch ein gewonnenes Match oder einem Kill, dass der andere ja eh nur ein Playstation- oder Xbox-Spieler ist, ohne das zu wissen, weil es in unseren Köpfen bereits als Beleidigung zählt, da der Gegenspieler ja eine schlechtere Konsole benutzt. Keine der beiden Konsolen ist schlecht. Die Community bestimmt das aber, und teilweise ist die Community auch das, was die Konsolen dann schlechter macht, in dem Sinne, weil sie besser als die anderen sein sollen. Und da muss ich auch sagen, sind Medienportale mit am meisten dran schuld, neben Crossplay. Seiten wie Xbox Dynasty oder Play 3 sind die Seiten, wo sich Fans der jeweiligen Konsolen versammeln und News zu ihren Lieblingskonsolen lesen können. Oder auch halt zu den anderen Konsolen. An sich ist das auch wirklich nichts Schlechtes, aber natürlich möchte, dass andere Konsolenlager auch mal reingucken und versucht deswegen vermeintlich gute Sachen einfach schlecht zu reden, weil andere Konsolen halt. Was soll ich euch sagen, Leute? Ich finde es wirklich schade, dass Gaming immer mehr zu einem Battle wird und keiner mehr so richtig die andere Seite mal loben kann. Ich bin Playstation-Spieler der ersten Stunde, hatte zwar auch kurzzeitig mal eine Xbox, aber das war irgendwie nichts für mich. Und wisst ihr was? Das ist okay so. Ich als Playstation-Zocker kann dennoch die anderen verstehen, die eine Xbox wollen. Und wenn ich mal einen Witz mache, zusammen mit einem Xbox-Spieler über die Konsolen, dann lacht man drüber und zockt einfach weiter. Wo ist euer scheiß Problem bitte? Warum muss man seine Konsole so verteidigen, als wenn es das kostbarste wäre, was man besitzt im Leben? Warum muss man direkt auf Mutter gehen, wenn man sich verteidigt bei blöden Aussagen? Ist das notwendig? Nein, es ist absolut nicht. Wir sind alle Gamer und wir lieben unser Hobby wirklich sehr. Warum feindet man sich dann also so sehr an, dass man auseinander geht, dann aber gleichzeitig auch nach Crossplay schreit? Wo macht das noch Sinn bitte? Sollten wir nicht als unter anderem größte Community der Welt eher was gegen riesige Publisher wie Activision oder EA Sports machen? Indem wir ihr nicht jahrelang Geld in den Hintern schieben, damit sie jedes Jahr dasselbe und kaum geänderte FIFA rausbringen oder ein immer unspielbares SBMM-COD? Sollten wir nicht dafür sorgen, dass wir fertige Spiele kriegen und keinen kaputten und verbuggten Release-Müll erhalten? Dann sollten wir Vorbestellungen nicht im großen Stil durchführen. Wir könnten als Community so viel erreichen, da wir die Kunden sind und Kunden bekanntermaßen immer noch die Könige sind im Geschäft. Wir können mehr bewegen in der Szene, als wir denken, aber wir bekriegen uns lieber in den Kommentaren mit sinnlosen Schwanzverlängerungen über unsere Konsole oder PC und lachen andere aus. Wir sind leider einer der schlechtesten großen Communities, die es gibt, wenn wir uns nicht ändern und einfach nur mal zusammen zocken. An alle da draußen, die diesen Konsolenkrieg auch für sinnlos halten, ihr seid diejenigen, die ich in Cross-Pair-Lobbys gerne mal über den Weg laufen würde und nicht immer die Leute, die es toll finden, andere zu beleidigen wegen einer anderen Konsole. Haut rein und vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Support für die 1-Euro-Mitgliedschaft muss nicht, würde mich aber natürlich sehr freuen und unterstützen. Na dann, frohes Neues nochmal nachträglich und bleib leidenschaftliche Zocker und nicht toxisch. Tschüss.